Guten Abend bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Aktuell habe ich gerade eine Fahndung reinbekommen von der Polizei, und zwar einen Säugenaufruf. Ein Messerstecher wird gesucht in Bad Säckingen. Und zwar am heutigen Freitag, dem 8. November 2019, wurde der Polizei gegen 16 Uhr ein Überfall gemeldet. Ein 20-Jähriger wurde in der Parkstraße im Bereich der dortigen Villa Berberich Mineralmuseums von zwei Tätern angegriffen. Nach jetzigem Sachstand kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf dem jungen Mann mit einem Messer ins Bein gestochen wurde. Der Geschädigte musste zur Behandlung der Wunde in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht keine. Die beiden Täter wurden folgendermaßen beschrieben. Zwei dunkel begleitete Männer, etwa Mitte 20, beide trugen jeweils einen Schal im Gesicht, hatten die Kapuzen ihrem Kapuzenpullover auf und flüchteten nach der Tat grob Richtung Innenstadt. Die Zeugen, die gebeten werden, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Säckingen anzurufen, 07761 934 500. Oder beim Revier Bad Säckingen, gleiche Vorwahl, 07761 9340. Das kam jetzt gerade in dem Moment rein. Ich wiederhole es gerade nochmal. Und der Text steht auch in der Videobeschreibung drin. Also heute am 8. November wurde die Polizei gegen 16 Uhr, da wurde ein Überfall gemeldet auf einen 20-jährigen Mann in der Parkstraße im Bereich der Villa Berberich, Mineralmuseum. Und zwar von zwei Tätern ist er angegriffen worden. Nach jetzigem Sachstand kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf dem jungen Mann mit dem Messer ins Bein gestochen wurde. Der Geschädigte musste zur Behandlung der Wunde in ein Krankenhaus gebracht werden. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr. Die Täter werden wie folgtermaßen beschrieben. Zwei dunkel begleitete Männer, etwa Mitte 20. Beide trugen jeweils einen Schal im Gesicht, hatten die Kapuzen ihrer Kapuzenpulluver auf und flüchteten nach der Tat grob Richtung Innenstadt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo zu melden. In der Videobeschreibung finden sie dann die Telefonnummern. Hier geht es echt zu. Also, in dem Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und das nächste Video geht auch gleich online. In diesem Sinn, macht's gut.